Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Rom musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf. Die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte. Doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot. Sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Und doch, es war einmal vor Ort. Oder kam es zurück in der dritte Zeit. Und doch, es war einmal vor allem. Und doch, es war einmal vor allem. Et ja, wir waren vor allem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier komme ich jetzt zu hoch. Optionen. Okay. Also eventuell hier oben lang. Okay. 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 Es ist wirklich echt schön gemacht, auch gerade mit den Reimen, also. Cool, also, kann ich beide steuern. Ach du Scheiße. Ach, das fährt halt so unsere Energie und sowas auch. Ist es cool. Das fährt halt so unsere Energie. Okay. Ah, ist ja cool. Ja, erholt ich erstmal auch die Bombschen, ja. Das sieht so geil aus. Oh, du bist jetzt. Das sieht echt geil aus. Okay. 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 Cool. Handeln. Okay, wie ihr schon seht, es ist rundenbasiert. Ah, und das fährt jetzt doch unser Leben auf. Endlich mal wieder ein schönes Rundenbasiertes Rollenspiel, was wirklich extrem geil aussieht. Okay. 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 Also, kann zu fliehen, okay. Wir machen natürlich die Fische kaputt, ja. Okay. 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 Ihr seht schon, das Ganze kann man nämlich ganz gut vorbereiten. Okay, wir können also nicht selbst entscheiden. Das ist alles schon vorher festgelegt. Oh Gott, was haben wir denn hier auch verteidigen? Nichtstrahl. Ich nehme jetzt einfach mal... Dazio. Hey, 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 hey. Hahahaha. Handeln, machen wir das neue gleich hier. Das sieht wirklich richtig geil aus. Fähne, Nektar, okay? Okay. Wieso ist das echt so dummes zum Springen, ne? Okay. Oh, komm her, komm her, komm her. Okay. Latsch. Also wenn man jetzt nicht auf sowas steht, das ist natürlich extrem langweilig. Aber ich finde halt diese rundenbasierten Rundspiele richtig cool. Und nein, ich werde den Fertigkeitspunkt jetzt nicht. Komm, zieh vorbei, Kleiner, komm. Ich finde es ist übrigens auch cool vor, wenn ich mehrere Begleiter habe. Ey, 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 ey. Oh ja. Das ist gar nicht mal so einfach, dass... Allerdings zu spielen, ich werde es wahrscheinlich auch mit meiner Freundin spielen. Ich werde wahrscheinlich auch noch zweites Hands-On dazu machen. Ich habe mir gerade so überlegt, wie das ist. Auch nicht mal so easy hier. Immer die Kleiner zu steuern und immer das Leuchte hier. Das lieben wir auch mal schon. Leuchte. Dann kommt das Leuchte. Dann kommt alles drin. Ah, cool. Okay, und ich will den Fasch abnehmen. Lassen wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Oh Das ist doch cool Ähm, MP-Aufwertung So, möchte ich mal hier vertreten Mach erstmal die noch vertreten Das läuft nämlich so ab Wenn ihr einen zweiten Controller habt Könnt ihr nämlich Also kann der zweite Spieler Nämlich die Den kleinen Leuchte steuern Eieiei, hallo Den kleinen Leuchte steuern Und dann ist es nämlich Ein bisschen einfacher zu handeln Okay, da braucht jemand unsere Hilfe So wie es aussieht Klaa 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 Ungeschossen Rubin, das ist ja schön. Okay. Ach, das ist ein Geist. Ich hab gesagt, da muss ich euch helfen. Handeln. Verstande nicht. Nicht, nicht strahlen. Ich kann es mal probieren. Schaut mal gucken, wie es mir aussieht. Okay. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ein Glühwürmchen-Elixier. Das ist ein Geisterviech. Ach niedlich. Also ich muss jetzt echt sagen, es ist momentan noch nicht schwer. Irgendwie, also nass das Ding, das ist schwer. Momentan ist eigentlich noch alles relativ easy. So. Ich gehe davon aus, dass ich hoch muss. Ja. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. 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 Ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, 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 ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. zusammenpacken, ey. Mama! Mama! Huh? Okay, das ist alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Klar! Und das Letzte. Nein! Nein! Oh, wow. Das war's für heute. Okay, diese Boss-Gegner sind halt scheinbar doch nicht so mega stark. Feinlich mit Leuchte hier. Yay! Wow, 800. Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Diese Horta schickte sie です. Alles F含 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, kommt ja. Jetzt ist ihm sein Follower auch nix. Da werde ich verdammt wohl noch etwas Blitzähnliches zusammenpacken müssen. Ach Gott, Gesundheit, ja, Dankeschön, finde ich auch gut. Ähm, ne, wir machen mal die Blöcke, ach gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir machen erstmal die Krone. Wir machen mal. Ich hoffe, Gott. Ähm, was war ich? Okay, Resistanz. Oh, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran. Aber ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, warte geht's ja nicht. Der kommt irgendwie schon mal zum Angreifen hier, kann er klicken. Sehr schön. 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 Ach, niedlich. Sehr schön. 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 Vielen Dank. Sehr schön. Bye. Das war's. Ja, der weischt aus. Ja, das war's. Ach, verdammt. Das war Gott, so schön. Na gut, wir gehen jetzt wenigstens noch hier unten rein. Okay, das tun wir nicht. Ja, da würde ich sagen, dann war's das erstmal mit dem Hands-On to Child of Light. Wirklich sehr, sehr gutes Rollenspiel. Macht auf alle Fälle ordentlich viel Spaß. Sieht fantastisch aus. Und ja, wenn ihr Fans seid von Rundenstrategie oder von Runden, Rollenspielen, also Rundenbasierten Rollenspielen, dann könnt ihr euch das auf alle Fälle ohne Probleme zulegen. Kostet typisch 15 Euro als Download für die Next-Gen-Konsolen und für die Current-Gen-Konsolen. Von PC gibt es typisch auch. Und ich habe für meine Special Edition 20 bezahlt. Also ist auch nicht so mega teuer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Eventuell mache ich noch Hands-On dazu. Mal gucken. Und ansonsten gibt es dann halt die Review demnächst. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, haut rein und ciao.